Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück hier auf dem Zeekrauts Kanal und willkommen zu diesem Auflösungsvideo vom Crowdfunding Programm Juni 2019. Ihr habt jedes mal wenn wir live streamen die Chance bei uns Crowdfunding Punkte zu sammeln und diejenigen die am Ende des Monats die drei meisten Punkte haben die bekommen bei uns Zeekrauts Euronen gutgeschrieben. Mit diesen Zeekrauts Euronen könnt ihr dann unabhängig von Wargaming natürlich im World of Warships Store einkaufen und zwar auf unsere Kosten wenn ihr genug Guthaben gesammelt habt. Die Regeln zu diesem ganzen Programm wenn euch das interessiert dann guckt einfach unten rein da ist eine Beschreibung zum Crowdfunding Programm genau aufgelistet. Da könnt ihr noch mal nachlesen wie das alles miteinander funktioniert. Also auf jeden Fall waren eine Menge Leute wieder aktiv und die aktivsten im Monat Juni waren dann Neophyte 65. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1. Tom zu Platz 2 mit 424 Punkten und mit 272 Punkten hat Sorti den dritten Platz belegt. Ja außergewöhnliche Sache auch die Stunden stehen hier nicht in Relation unbedingt. Also ihr seht hier kann auch jemand der nur 137 Stunden Watchtime hat so viele Punkte zusammen haben weil er einfach regelmäßig im Chat aktiv ist möglicherweise. Ja also das können auch mit relativ kann auch mit relativ wenigen Stunden erreicht werden. Einfach jetzt wenn ihr Bock darauf habt das geschenkt zu bekommen. Ja dann einfach jetzt abonnieren dabei sein in den Livestreams immer wieder aktiv dabei sein Punkte sammeln und ja ab geht die Post und möglicherweise seid ihr dann schon im nächsten Monat einer in den Top 3 und fangt an sie kurz Euronen hier zu sammeln. In dem Sinne ich sage ganz ganz vielen Dank an jeden einzelnen Zuschauer der uns im Monat Juni hier besucht hat und dabei war und uns die Daumen gedrückt hat. Ja und ganz besonderen herzlichen Glückwunsch nochmal an die Top 3 Gewinner im Juni. Wir sehen uns dann im Juli wieder. Der nächste Livestream ist ja schon am 2.07. um 20.30 Uhr und auch im Juli gibt es wieder ganz besondere Inhalte bei uns im Livestream. Da haben wir nämlich schon wieder die ein oder andere Idee die demnächst angekündigt wird. Also bis dahin euer Seekrots Team, euer Andi. Ciao, ciao. !